Auch wenn das Internet für viele zum Alltag gehört, gibt es soziale Barrieren. Nicht alle haben Zugang zu den Möglichkeiten, die das Internet eröffnet. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir wollen Verantwortung übernehmen, diese Barrieren zu beseitigen. Mit diesen Worten beschrieb Dr. Hannes Ametsreiter, Generaldirektor A1 und Telekom Austria Group, vor zwei Jahren seine Vision zum Start der Bildungsinitiative A1 Internet für Alle. Wir bieten kostenlose Workshops an. Das reicht von den ersten Schritten, wo man wirklich lernt, das erste Mal die Computer einzuschalten oder mit der Maus umzugehen, über Fotobearbeitung, ein Kurs, der sehr nachgefragt ist, bis hin zu suchen und finden oder skypen. Inzwischen ist viel geschehen. In Wien, Salzburg und Klagenfurt wurde jeweils ein A1 Internet für Alle Campus eröffnet. Dort werden kostenlose Internetschulungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren angeboten. Und mit der A1 Internet für Alle Tour steht das Schulungsangebot auch österreichweit zur Verfügung. Kinder werden geboren in eine digitale Welt. Das ist für sie etwas sehr Normales. Das heißt aber nicht, dass sie mit Computerwissen geboren werden. Das heißt, uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Kinder dabei zu unterstützen, sich in dieser Welt auch gut bewegen zu können. In speziellen Workshops für Schulklassen, Eltern, Lehrer oder auch Senioren wird gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppen eingegangen. Ich unterstütze die Senioren eigentlich bei der Findung des Internets. Viele Senioren, die zu uns kommen, wissen gar nicht, was das Internet kann oder was man darin machen kann. Und bei denen wollen wir sie einfach unterstützen bei den ersten Schritten, dass sie einfach die Angst verlieren. Wir haben bis jetzt zwei Kurse absolviert. Einen ersten Kurs mit Aufsuchen von Verkehrsverbindungen. Das habe ich gleich geübt zu Hause natürlich. Gleich geschaut, wann die Züge gehen von wo, von Baden nach Wien. Für mich ist es natürlich sehr angenehm, weil es relativ leicht verständlich ist und weil der Vortragende sich um jeden Einzelnen kümmert. Auf Basis der Kurse für Schulklassen wurde auch der Internet für alle Guide entwickelt. In Kooperation mit dem Kinderbüro Wien und geprüft von Safer Internet. Wir von Safer Internet.at bringen vor allem Sicherheitsthemen ein. Das ist einerseits, sind das Themenbereiche wie Online-Shopping, Social Media, Facebook, Twitter und Co. Sicher nutzen ist da etwa so ein Angebot. Und wir haben auch Angebote für Eltern und für Lehrende. Das heißt, wir wollen dann sozusagen über diese Multiplikatoren letztlich auch wieder Kinder und Jugendliche erreichen und sie dabei und unterstützen, digitale Medien verantwortungsvoll und sicher zu nutzen. Internet für alle erreicht auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen. A1 arbeitet dabei mit Partnerinstitutionen wie zum Beispiel der Caritas, der Wiener Straßenzeitung Augustin, dem Flüchtlingsprojekt Ute Bock oder dem österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband zusammen. Insgesamt sind es über 30 Partner aus dem Bildungs- und Sozialbereich, mit denen A1 im Rahmen dieser Initiative erfolgreich kooperiert. Das Wichtigste ist eigentlich Förderung von Medienkompetenz. Da ist A1 Internet für alle wirklich ein hervorragendes Beispiel, dass es auch wirklich gelungen ist, nachhaltig solche Initiativen umzusetzen. Das heißt, dass es keine Einmalaktion ist, dass es kein Marketing-Gag ist, sondern dass es wirklich über einen längeren Zeitraum gelungen ist, etwas weiterzubringen. Und das ist ganz wichtig. Drei permanente Schulungsstandorte, 80 Gemeinden in ganz Österreich und 2.800 durchgeführte Schulungen mit mehr als 37.000 Besuchern und über 1.000 A1 Mitarbeitern, die die Initiative unterstützen. 98% Wiederempfehlungsrate und 92% der Teilnehmer, die etwas Neues gelernt haben. So lesen sich die Erfolgszahlen von Internet für alle nach zwei Jahren. Doch was sagen die Teilnehmer und Mitarbeiter dazu? Ich finde es cool. Wir haben eine Schnitzerjagd gemacht im Internet. Wir sind heute ein Workshop, um herauszufinden, welcher Beruf für uns ideal wäre. Eine Bekannte von mir hat das gelesen und hat gesagt, kommt, gehen wir. Und wir sind eine ganze Gruppe hergegangen. Auch meine Eltern wurden schon informiert, dass es diesen Campus gibt, weil es eine wahnsinnige Erleichterung ist, wenn sie hier lernen, wie sie im Internet zum Beispiel günstiger zu Reisen kommen, wie sie ihre Fotos danach bearbeiten können und so weiter. Mir hat es außerordentlich gut gefallen. Es ist eine ganz nette Stimmung da drin, es ist einfach bunt und es ist ein lustiges Treiben und es ist sehr produktiv, was da passiert. Mehr Informationen gibt es unter www.a1-internet-für-alle.at oder unter der Telefonnummer 050-664-44505. www.a045.at oder unter der Telefonnummer 0505. www.a1-internet-für-alle.at oder unter der Telefonnummer 0505. Untertitelung des ZDF, 2020